willkommen zurück zu joshis crafted world wir machen das ninja land ich bin kaputt ich brauchst hier grünze blumen genau da würde dann kein ninja sein also ich kenne niemanden danke das geht schon viel besser cool cool naja oder sieht voll geil aus für diesen scheider da drinnen dieser lobe der weint weil er nicht ins match ist in anderen herzlich willkommen dankeschön so es sind zwei level nur nächsten drei level nächsten 4336 das sind drei okay aus der trügerischen türen ruhig angst so kriegst du Angst das sind trügerische türen die wollen mein geld die wollen den vertrag anziehen versicherungsvertreter nein versicherungsvertreter drückt dich mal wie cool das aussieht dein oder meins meins natürlich warte ich hab dich bouncen boi 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 so denn dies heißt oh mein Gott was das heißt 100 prozent sammeln alles sammeln ich habe auch gleichzeitig oh mein Gott warte kann man hier dann nee das müssen wir anders machen ein red coin aber geschafft wo wir sind richtig oh Gott super mein das macht super man hier danke da oben ist vielleicht was nee da kommt man da nicht hin da kommen wir noch normalerweise nicht hin warte komm mal her habe ich ja gesagt okay ja so da ich habe heute mit den die spieler wahrscheinlich so viel ich meine du bist zu gut und du erklärst zu das wollte ich einfach du kannst das viel besser besser gespielt hatte war noch ein paar war der unten hier noch unten da muss weg von mir und jetzt und jetzt sind gleich ist das nur irgendwas für dieses ich kann ich bin ich bin irgendwie verloren hier du musst dich ducken so und dann musst du dir so bewegen es geht nicht ich kann nichts machen was mach so dein korken oder was ein kocken was auch mal dein ausfühlt ist weg warte was soll zurück war noch was ja wo denn oh mach du nur herzen nur herzen nur herzen nur herzen hier hier ist noch ein paar jahr nehmen sie dir hat er hat ein schwert gehabt oder so ein messer oder sowas ist ist irgendwas drin versteckt ne ist gar nichts cool dann guck dir mal den tiger hin kommst du kommst du nein gesundheit das kann ja mal passieren er wüsste ich ja ok cool und jetzt hier kann man hoch kann man noch links zur blumen rechts oben unten ja wollte ich auch gerade sagen warte easy hä wieso wie ich äh soll ich drittigen hä 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 was war das denn jetzt ach so und da oben war eine pirende auf dich warte ich glaube ich weiß warte das ist nur auf einer seite ach so oh lol juhu hat es geschafft Leute Applaus dafür hat es halt doch ein Abo wer hat es lasst ein Like lasst ein Like da abonniert mich schreibt was anderes in die Kommentare doch nicht hallo willst du nicht eine Eier ich hab eins für ein Baby achso so ja dann ich kann ihn natürlich verstehen in der gleichen Stelle hier oh lol tatsächlich hä das dritte glaube ich oder das hier äh keine Eier mehr ich bin auf dich nein auf hä komm helf mir noch ok du musst aber etwas mehr damit man dich hört weil man hört dich nicht die Eier gerne doch du die schenke ich all meine Eier er ist noch ein danke Bruder Wollah danke voll cool da unten da drun da drun da drun ich schieß ab weee that's a load of cash äh nicht noch nicht noch machen nicht machen nicht machen ich brauche Eier ich brauche Eier äh warte warte ich stelle mich woanders hin oder mach mal mach mal hä mach nehm alle nach rechts 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 nach oben da oben yes ok ok er ist eigentlich ich struggle so mit einem komm doch hier gibt es nichts mehr warte 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 ich mach mein smash move ha 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 ist das 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 geht nicht kommst du da nicht hoch kommst du ok ok jetzt hochgeschafft ich bin so so glitschig ich mag so glitschig so Eis sind wir auf Eis schwamm pass auf ok ne der Gegner wollte dich ähm verprügeln genau das wollte er hier für dich ich schenke sie dir alle das sind alle meine Eier all mein hab und gut ey danke ey warte warum sind meine Herzen weg hö ich hab doch ein Kostüm man ja moin ich hab weil du auf mir drauf warst äh warte nicht mal nicht mal nicht mal nicht mal ich will gucken wie man das bekommen soll ja so so soll man das so oder ja und dann hier hoch fliegen juhau wau 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 ey haha wie du abgeprallt wurdest hä oh kann man noch äh äh was hast du denn gemacht äh hä achso ja ja das zeigt ja Sachen immer den da abschießen bitte ich hab keine Eier schien mit ihren scharfen Messern mesern wo wir abschließen alles nicht aus der das ist ja da gibt es von mir runter oder schießt zumindest ab schießt zumindest ab ja gespielt oder als ob das mit denen so ein großer unterschied gute ware wie ich darum stehe aber es war auch so wir nehmen wir ein paar eier dann hast du auch mal welche auch ein schlüssel verdammt wir brauchen schlüssel und ich komme zum schlüssel auch schon versucht ich habe es herausgefunden was wir erstes gemacht erholen holen wie das legt mit dem schlüssel direkt voll ist es doch direkt voll ok das war das paar stören hier alle blumen wir brauchen nur noch rote münzen aber alles und einer von uns ist die leben halten das mache ich dann ich brauche wir noch fünf jahre hier für dich ich habe es gewusst ich habe meine eier verloren wegen dir du hast alle meine eier geklaut ich habe keine eier mehr gib mal her hier guck mal wo der drauf ist auf so einem topf wie cool nein das nie auf dem topf ist immer auf dem boden gepflanzt nein meine eier ich brauche eh nicht ich brauche keine eier er braucht nur eier sorry nice uns fehlen nur noch vier und jetzt kann man nicht jetzt will ich ein bier so hier lang wir müssen auch immer hier warte 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 nein kommst du noch sonst hau ich einfach ab warte 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 und dann nochmal abschießen ja mach warte 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 nicht zu weit nicht zu weit immer ganz ganz vorsichtig ok juhu boing boing warte boing nein hier doch irgendwas oder ne ok aber komm siehst du hier das schild das ziel ist in der nähe aber das heißt wir haben coins in den jenem das muss es nicht heißen du hast meine eier wieder geklaut ich brauche noch irgendwo du hast voll viele gehabt au aah voll auf mich ey oh nee uns fehlen jetzt tatsächlich herzen und rote münzen die nochmal suchen naja warte kann man die dinge abschießen was denn dann was kann man denn ja abschließen dann müssen wir es wohl nochmal neu machen schieß mal den ab den schei geiler das war wahrscheinlich schon für später bei den missionen den quests gut zu wissen kombo und wie fandest du das level wie würdest du es bewerten 1 bis 10 1 bis 10 ja an der skala von 1 bis 10 würde ich sagen ja ja mhm ok alles klar ihr habt es gehört wir werden gleich noch das obere level da machen also das sind aber in der mitte sondern hier ist was erschienen was sie sind und hier sind alle juhu ja war ein unsichtbarer flatterding typ ok dann noch schnell ins ziel mit vollem leben und dann können wir das nächste level machen voll gegen den bildschirm weiter geht's mit hinter dem shoji so jetzt aber richtig hinter dem shoji hoffe das ist so richtig keine ahnung ok ich dachte es kommt irgendwas krasses ich meine alle deine wörter sind richtig krass kleiner als drei ui perspektive sich geändert hello oh scrolling level wie ich scrolling level liebe ich werde es da und die wagen bleiben einfach hinter dem dinge dann werde ich kommentieren warum was bei mir hier so ich habe gerade bei mir gewesen ich habe gesagt hier kommen wir ja sorry dass ich lebe ob ich hab das abgeschossen wow dafür haben wir das level neu gestartet wer weiß was cool ist wir sind beide schatten ja meine auch wie wer war das hintergrund hintergrund häh ja das bild achso ist egal ok das bild sah aus wie so ein fach sah aus wie so ein fach ja mal hörte ich nicht nanny mussten ja ans ufer mir egal häh what the fuck nein nein wie scrolling level nein man hör auf mach doch nix das driftet ja das achso das driftet das nennt man ja dann dann ist ja ok ey ey hallo boah das fuckt voll ab dass du mich die ganze zeit nehmen kannst ich will das nicht ich will nicht genommen werden von dir in deinen mund das ist nicht so geil das ist auch wie sie erst meint ich bin wichtig ich habe nämlich alle herzen mir war sogar noch irgendwas jetzt kommt noch einer jetzt kommt noch einer ja darauf angeflogen ja ja weil ich bereit wow schon wieder nix und da haben wir das level neu gestartet wir haben glaube ich keine einzige was machst du was machst du wir haben eine rote münze ja die kam gerade die haben wir verpasst vorhin nein das war die ne ne wir hatten vorhin eine verpasst das war die wir verpasst hatten nein geh weg oh gut 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 egal ich hab keinen ich brauch kein herzen da unten da unten oh mein gott komm schon komm schon lass mich immer noch vorgehen okay what the fuck ey das ist verarscht einfach ich weiß nicht wer wer ist das war die schlechte idee das für meine apfel nehmen verdammt das war wirklich nicht schlecht nein da unten da war eine blume und wir haben unsere äpfel verloren hier unten war einfach eine blume wow sorry du hast die gekillt lol du hast die gekillt mir ja mit dir komm her nächste woche habe ich gehört spielen wir äh battletoads äh guck mal im hintergrund wie cool sieht cool aus blöd man ja die weil ein bisschen wo die andere ist ja mach doch stopp nein ich wollte es nicht ich habe schon mal das eine ohne dich ich brauch dich eh nicht für alles ich brauch dich eh nicht für nix oha ich dachte ich wäre der grüne joshin guck mal wie ich stehe wie geht das wo wie geht das wie geht das wie geht das wenn du an der ecke stehst okay da waren eine rote eine rote eine rote eine rote eine rote münsche da kommt eine ne nix besonderes ja für dich ich beschütze dich ok und schatz sich beschützt ich hintergrund nice gut gemacht danke immer doch gerne guck mal hintergrund wie cool das aussieht der sieht voll cool aus dem hintergrund zack ach so das sind blaue münzen hier oh gott knapper geht es echt nicht okay wir haben alles außer die eine die zu schnell war und wir haben noch rote münzen du hast herzen und wir uns fehlen noch rote münzen die sammeln wir schnell oder die waren da schon das wissen wir jetzt auch nicht obenoben oder oben oh corbyn gut gute prevalence sind gut habe ich gehört alles gut lebst noch draußen krankenhaus ich habe alles alle roten Du musst wenn du das Video bearbeizt musst du an dieser Stelle gucken, was bei mir passiert ist. Okay, mach ich, mach ich. Ich bin schon wieder. Hä? Ich seh gar nichts mehr. Okay. Aber es ist cool, voll cool aufgebaut so. Ich mag das. Äh, alles gut bei dir. Ja, Leute. Nein, oh Gott. Hier kann man stehen. Ah! Mein Herz, nein! Was? Na, machen wir die auch noch gleich. Äh, was? Leil, leil! Bowser! Warte mal, das macht doch gar keinen Sinn von der Lore. Bowser gibt es doch noch gar nicht. Das ist Baby Bowser. Wieso? Die Time-Materie ist kaputt. Hier gibt es noch nicht mal Baby Mario. Mama mia. Ich würde sagen, wir machen das nächste Mal auch nochmal. Was? Kawabanga. So, das mache ich dann gleich. Das schreibe ich noch gleich rein. Aber jetzt machen wir zusammen noch das letzte Level. Guck mich nicht so an. Okay, sorry. Sorry, dass ich mich angucke. Boss Fight! Naja, es kann man sein. Warte, 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 was ist denn mit dem Ding? Ach stimmt, das machen wir erst mal. Das machen wir erst mal bis jetzt. Und dann schneidest du das rein. Brauchen wir alles? Ja, natürlich. Warum sollen wir nicht alles laufen? Ich würde gerne 0 einwerfen. Oh, geht nicht. Soft 2 Millionen Musen. Weil ich so oft spiele. Guck mal, wie viel. Juhu! Okay, was gibt es hier? Was glaubst du? Was cool ist? Ein Samurai. Ein Samurai? Oder Ninja. Bambuszylinder. Cool, cool. Fand ich freut sich. Asienlampe. Cool, cool. Heißer Heißtisch. Heiztisch. Heiztisch. Asienpralinschachtel. Wo ist das? Asiatisch? Keiner. Warmer Heiztisch. Heißofen. Heiz. Heiz. Japanisches Schloss. Eine Bushidoni. Wirklich ein Samurai. Ja. Japanische Schachtel. Und. Maserati. Papierschachtel. Ich hätt gern Maserati gehabt. Nein, ich will Outfit. Ich guck mein Outfit in. Ich hätt gern Herr Maserati. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein Auto, glaub ich. Okay. Keine Ahnung. Ich stell dir vor, so ein Auto-Kostüm. Juuu. So, wir sind jetzt auf der Jagd nach der zweiten Blume. Und danach möchte ich die ganzen Level nochmal offscreen mit den Herzen alle durchschaffen. Durchmachen. Wir haben ja jetzt hier alles, ne? Doch, doch, wir haben alles. So viel ist noch diese eine Blume. Die, welche ich nur noch kurz rein schneiden. Die Level, ich hab doch schon das nächste Level gespielt. Das kommt direkt danach. Aber das war die nicht, ne? Ah, die muss man von der anderen Seite. Ah, okay. Ja, da war ja was. Die Level sind alle ganz cool. Ich mag die Welt, das ist tatsächlich sehr. Ich könnte euch auf das nächste Level freuen, das ist auch ganz nice. Ehrlich. Ja, das hatten wir schon. Ähm. Auf halt dann falsche Richtung. Wir müssen hier irgendwo ganz schnell, ganz, ganz schnell lang. Dann geht's. Verdammt. Da geht's gar nicht hier lang oder so. Ich hab hier diese Papierschachtel, was auch immer es ist. Papierschachtel, ja. Und hier ist schnell nach unten und, ne, da war ich nicht. Wo war das denn? Oder war das hier? Und dann hier? Ne. Aber ihr seht's, oder ihr werdet's gar nicht sehen, da unten ist was. Hier. Hier ist es. Weiß nicht genau, wie man da hinkommt. Verdammt, das ist meine Papierschachtel kaputt. Äh. Ach hier. Okay. Ja, das haben wir verpasst. Woho. Haben wir alles. Und dann zeige ich euch noch den Ausgang. Hier. Hier wäre man dann rausgekommen. Und dann hätte man alles gehabt. Ja. Mehr wollte ich euch nicht sagen. Das wäre nochmal was. Okay, was ist denn das hier alles? Komm, wir haben noch eins hier. Willst du den Sammler reinnehmen? Wo ist der denn? Da. Den Bushidoni, den hast du gerne nehmen. Nein, ich nehme mir den Heizofen. Warum? Ich will den Ofen sein. Warum willst du den Ofen? Dann bin ich der Heizofen. Aber was, den hast du schon? Ich bin auch schla... Nein! Ich nehme den Heizofen. Okay, dann nehme ich den Heizofen. Nein, der Of. Ich will nicht, Amiibo. Nein. Was? Abbrechen. Amiibo. Nein! Hör auf, was zu drücken. Hörst du mal auf, was zu drücken? Nein, ich drück hier. Okay, dann nehme ich. Äh. Ich bin gern die Asienlampe. Dann bist du der Heizofen. Ja, was denn? Nein, nein, nein. Du bist jetzt der Heizofen. Ich bin der Heizofen. Gebt mich auch der Heizofen. Nein. Ja, wo ist denn jetzt das, was ich gerade ausgewählt habe? Bis die Lampe hinten weg. Wo ist die Lampe? Egal, nehmen wir halt, äh... Japanesische Schloss. Japanesische Schlöße. Juhu. Was hast du denn gesagt? Weiß ich nicht. Irgendwas japanisches halt. Das war aber nicht japanisches. Herr von Samurais Schloss. Psch, psch. Jappo, jappo. Jappo, jappo. Jappo, jappo. Jappo. Jossi. 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 Ich weiß nicht, wie lange die Folge ist, aber wir machen einfach das Level noch. Guck mal, wie geil das aussieht. Hör auf, hör auf, hör auf. Wow. Guck mal, die Bäume sind schön aus. Ja. Du besiegst nice. Der hat es aber schon mal. Echt? Ja. Gut, 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 gut. Pff. Wir sind beide einfach gestorben? Als ob das einen instant umringt. Warte, warte, warte. Der kam bestimmt hoch. Meinst du? Nein. Doch nicht. Ja, danke. Wieso, danke? Weil du getroffen wurdest, nicht ich. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warte, hier kann man hoch. Ja, muss warten. Nein, bei dem anderen. Bei der oder so. Geklappt. Geklappt. Da. Kann man es nicht mal umändern? Danke. Ich habe alle bekommen mit dem Ei. Krass. Wie siehst du, ey? Ich weiß auch was anderes, was geil ist. Was? Äh, was? Ich meine, natürlich das Spiel, du voll, Horst. 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 What the fuck? Herr Horst, wie geht's hin? Pass auf. Das Ding ist, was ist passiert? Warte. Warte, das kann man nicht drücken, oder? Ja, das ist eben. Warte hoch, geh doch hoch. Up. One up. Oh, krass, one up, cool. Hier gibt es fünf one ups. Samurai! Samurai! Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben ihn umgebracht. Wir haben ihn einfach umgebracht. Wir müssen das hier holen. Wieso? Warum? Warum? Wir müssen, was machen wir denn jetzt mit dem Raum hier? Wir gehen einfach da weiter. Hier weiter. Ja, ja. Und jetzt? Springst du? Nein, 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 nein. Das soll man das nicht machen. Warte, warte, warte. Man muss auf ihn drauf springen. Echt? Ja. Ach, man kann jetzt auf ihn drauf so. Jo, Bro, was geht? Wo ist denn der? Die Musik ist so schön. Das waren die letzten Worte vor seinem Tod. Nur weil ich ein Haus bin, kannst du nicht auf ihn drauf, okay? Okay, meine Platz. Sollen wir hier lang? Ja, weil hier ist ein verstecktes Ding. Guck, ich hab's gewusst. Oh, wow. Ich krieg noch eins. Nein! Und ich komm auf mich drauf. Boah, easy. Easy, natürlich. Was ist der Hintergrund? Was ist der Hintergrund? Mann, du Vollrohrs. Egal. Wenn man ein Outfit... Mir fehlen voll viele Herzen wegen dir. Ging mehr? Ja, alles deine Schuld. Immer, immer alles deine Schuld. Ich bin nur im Nagelbett liegen. Abi, Abi. Da ist ein... Das ist, glaube ich, für eine Queste oder sowas. Für eine Queste. Ja, ist doch besser, oder? Okay. Wie willst du das denn nennen? Achso, du meinst... Achso, ja, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Das lässt mich doch ruhig erstmal. Gibt's doch irgendwas, oder nicht? Macht Spaß und ist fair. Yeah. Was macht Spaß und ist fair? Yeah. Müssen das hier... Guck mal, das ist wie puzzeln. Ja, ist doch voll cool. Ich mag Puzzeln. 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 Das ist wie diese Schiebe... Schiebe-Puzzle, weißt du was ich mein? Naja. Komm mal her, komm her. Lass mich los. Hör auf, ich bin nicht auf dir drauf. Mach. Du musst rein. Warum? Weil sonst nicht... Äh, es nicht erscheint, das Ding. Warte. Und jetzt... Komm mal näher an es mir vor, Mann. Ein geheimes Ding. Ein... Ja, das ist schon recht. Hä, wir haben voll viele Blumen verpasst. Oder kommen die erst noch? Warte doch, warte doch, warte doch, warte doch, warte doch, warte doch, warte, 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 warte. Komm bei Herzen. Na, jetzt geh zurück. Ja, ich gehe ohne dich, ne? Schö, wann. Ach. Ich hab doch genug Herzen, ja. Ich brauch die eh nicht. Und es war der zweite? Ja, mein ich doch. Ach so. Für die Quest wahrscheinlich. Ey hier lass mich... Mann, blödi. Hör doch auf, Mann. Ich ha... Stune in, ey! Aua! Ja, selber schuld. Aua! Hahaha! Lull! Was ist das denn? Wow! Nein! Warte mal zurück! Warte mal zurück! Wir waren noch nicht fertig! Aua, das hat mir einfach abgeschossen. Das hat mir getan, Mann. Ja, aber wie fertig? Hier kann man sonst nichts machen. Achso. Ey, was ist das denn? Was machen wir hier? Du-du-du-du-du-du-du. Jetzt, 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 jetzt! Jetzt aufschießen! Warte. Jetzt auf hinten. Jetzt kommen wir nochmal. Warte, noch nicht abschießen. Wir sollen erstmal den Schlüssel holen. Hahaha! Warum hast du den Schlüssel? Nee, ich hab ihn geholt. Du warst nur auf mir drauf. Nun, 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 nun... Zurück. Nun, 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 hör auf! Hey, du sägst's ja auch, aber was war's bei mir? Alter, du hast ein Geschenk mal。 uważ, hörh dwarfs ein Geschenk. Geh weg, geh weg, geh weg! CK! Hä? Ich komme gar nicht springen! Man, ist in meine herzen weg! blödian haben alle alle red coins leute als ob das ist das das finde ich jetzt du stehst im weg dritte erst also herz müssen noch mal neu machen auf screen aber ansonsten ich hab das du schaust das gelernt hast du gesehen hast du geskillt habe ich geskillt krass ich hab's nicht verdient ich hab's nicht verdient jetzt hab ich sie jetzt haben wir beide zwei jetzt haben wir beide zwei ist auch fair ja da auf lass mich in ruhe ich verstehe den raum halt nicht wir brauchen noch zwei blumen weit kannst du nämlich alle und leben brauchen wir natürlich aber die haben wir schon mal gemacht ach so warte mach 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 ach so ne genau so einfach easy das habe ich auch gesehen ich bin geschafft warte warte da sind oh danke aua bitte 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 i am dead surprise big not yo bro was geht ich habe so beschwert drauf ist mir doch egal ich habe ich schon die jahr was war das ok das müssen wir auch fix nintendo oh nein ok bist du ready komm her wir müssen ready sein ich mach das hol dir yes wir haben alles außer herzen aber wir haben was gesagt ich habe alles warte lass mich mal auf mich drauf ich bin auf dich drauf reiten oh mein gott hier gab es noch herzen scheiße warte 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 was machst du hör auf was machst du wenn wir noch herzen finden geh doch runter guck mal nochmal noch nicht und ich weiß genau was du machen musst guck mal weg du bist immer bei mir so und dann müssen wir noch mal so und jetzt machte mal da oben so eine windows meldung ich hoffe ich habe nicht gehört weil ich habe und ausgeschaltet wieder oben da wo ich hingucke ich habe das auf abgeschossen ach jetzt das müssen wir jetzt noch einmal machen aber mit lügen ja 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 kann man das was was kampf ein samurai aber diesmal in xxl das ist das ist wirklich die musik ludys mann musik das sind immer puzzle hier die wir machen ein rätsel der ist echt voll cool hier eigentlich was ist passiert schnell rein ach so warte guck ich bin skiller krasser warte lass mich alleine ich bin alleine so den hier knüpfen komm doch komm doch ich bin gehen ach so du hast ihn schon erreicht lol wie macht er das wie macht er das bockmeier 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 das ist doch das ist bockmeier man sieht das doch was warte aaaaaaah ich spring oh ich spring immer wann ich will baby oh nein warte bleib du da drin ne 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 so wollen wir das nicht machen was ach so warte ich doch ich weiß wie man es machen soll hier schau hier ist eine tür damit man den hier schiebt ach so den muss man erstmal öffnen und dann kann man hier nach oben und dann hier komm rein komm schnell rein oh nein zu spät fuck nein geh weg geh weg mann sorry komm runter oh god die folge ist so lange schnell du bist fast tot äh runter und dann dann müssen wir runter oh wir müssen hier ein dann müssen wir hier nochmal zurück dann müssen wir hier und da runter dann müssen wir hier und da runter schade 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 das wäre geil gewesen was ne unwand ne unwand auch noch welche echt ey ja ich drück doch so viel wie ich kann hast du doch gehört ok jetzt rauf naja ich bin dann lebt neun ha 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 wir haben ihn ja magma ist nackt das ist ja doch normalerweise ich weiß das kommt wahrscheinlich ich magma ist frau juhu ok so die herzen machen wir dann offscreen wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne eine positive Bewertung da Danny willst du noch irgendwas den Fans sagen was die Fans eben willst du noch irgendwas den Zuschauerern sagen welchen Zuschauer achso die zwei Personen also Mama hallo Mama nein Spaß ne sag was willst du noch den Zuschauerern sagen den zwei Zuschauern aber jetzt gucken ich und du äh ja 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 das war's das war's ok haut rein